Wo ist mein Orientierung, Fokus? Wo gehe ich? Perspektiven. Ich grüße dich von ganzem Herzen. Ich weiß, dass das viele Menschen jetzt, gerade in Deutschland, in Österreich, im Schweiz, deutschsprachige Raum, sehr stark bombardiert mit den Informationen von draußen. Aus einem einzigen Grund, den Menschen abzulenken. Und ich will dieses Video drehen einfach aus einem Grund. Ich will dir erinnern, dass dein Fokus kann bei dir bleiben. Es kann dich draußen, was bei dir passieren. Es können Informationen fließen und kommen und gehen, egal welche. Es ist überhaupt nicht wichtig, was da draußen passiert. Wichtig ist das, was in dir passiert. Ich würde gefragt, wie kann man den Menschen helfen. Man kann den Menschen helfen, nur so im Erinnern bei sich zu bleiben. Und genau aus dieser Perspektive, aus deiner eigenen persönlichen Perspektive, von innen, du kannst immer wieder nach außen schauen und sehen, dieses Spiel, in welchem du nicht der Teilnehmer bist. Du magst dein Leben. Aber dieses Spiel da draußen, das wird gespielt von jemandem. Und diejenige, wer das mitstuert, die will natürlich, dass alle mitmachen. Und die Manipulation und der absolute Anfluss über Informationen, über Ängste für die Menschen, welche nicht bei sich sind. Aber sobald du die Perspektive nach innen richtest und bei dir bleibst, hat nichts und niemand diese Macht und Kraft, dich aus deiner Energie herauszubekommen. Und aus dieser Perspektive kannst du jetzt absolut Neues erschaffen. Und du wirst nicht beraubt. Du wirst nicht manipulierbar. Du bist dann du selbst. Und ich möchte gerne, dass du genau das probierst, jetzt praktizieren. Dass du gerade jetzt gehst nach innen, gehst zu dir und fokussierst dich auf dich. Ich halte deine Perspektive. Was ist mit mir jetzt los? Was mache ich jetzt gerade? Wo sind meine Gedanken? Wie fühle ich mich dabei? Und du kannst nach draußen gehen. Aber immer wieder überprüfe, ob du in dir bist. Und dann der Rest wird ausgeblendet für dich. Du wirst unsichtbar für dieses Spiel sein. Du wirst Freude am Leben wiederfinden. Und diese Freude fließt mehr zu dir. Es kann sein, dass dein Leben verändert. Ich bin überzeugt, dass sie sich verändert. Zum Besten. Lass einfach Ofen und setz keine Grenze. Lass einfach Raum für die Veränderungen. Und genau diese Perspektive, ich bin hier in mir, hilft dir, dein Glück zu finden. Deine Gesundheit wieder zurückzubekommen. Dich selbst wieder zu spüren. In Liebe. In Dankbarkeit. Ich kann dir sagen, dass niemand wird gerettet. Es kann niemand jemandem retten. Du kannst dir selbst helfen. Nur du allein. Und ob du das jetzt machst, liegt nur an dir. Und wenn du verdrehst das und hoffst, dass es irgendwann geschieht vom Alleinen, durch Polsprung, durch irgendwelche Menschen da draußen oder Wesen da draußen, das ist auch eine Täuschung für Menschen, um fern von denen eigene Kraft zu halten. Ich finde, dass es total absurd ist, dass die Menschen immer wieder mit guter Information gut versorgt würden. Und so einfache Diener würden ihnen trotzdem nicht gesagt, es geht viel einfacher. Geh zu dich. Geh zurück zu dir. Bleib bei dir. Und alles ist gut. Meine Oma hat mich immer daran erinnert. Mein Kind, na du, ist einfach. Und alles, was einfach ist, ist die Wahrheit. Alles andere, was du nicht in einem Satz erklären kannst, das ist Lüge. Deswegen fühle, spüre, was ich gesagt habe. Und überprüf dein Herz. Und du wirst selber feststellen, dass es jetzt gefragt ist, dass du selbst dir helfst und deine Perspektive änderst. Ich wünsche dir vom ganzen Herz alles Liebe. Bis bald. Ciao. Vielen Dank.